Nein, 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 du Elffahrt, Digga, was ist denn? Guck mir eins ab, Alter! Ich wollt' nicht! Ey, so glücklich! Hauptsache, ich fahr' so'n bisschen gegen dich. Ja, du warst doch bei mir aber auch eben mit dir. Ich wollt' nicht mal. Mann, was für den Scheiß, die wir von vorne machen. Ich wollt' eigentlich gerade wegfahren. Hab' ich richtig Bock drauf, ja, Mann. Geil, Alter! Schön. Und Halli Hallöchen zu einer wunderschönen neuen Folge GTA Online mit Jigsaw Return 3. Das ist, glaub' ich, sowas wie ein Parcours. Ja, mit dabei ist natürlich der gute Fabio. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Freu' mich! Oh, gibt's hier zwei Wege, oder was ist hier Phase? Hä? Aber der führt ja da in den Himmel nur. Ach so, ja. Genau, also Jigsaw liegt irgendwie im Sterben und er hat sich zum Verabschieden noch diese Map gemacht. Das stand zumindest in der Map-Beschreibung drin. Ja. Also mal gucken, was uns hier erwartet. Genau, wir starten mit dem Pantöchen. Oh, 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 oh! Und jawoll, den ersten Punkt haben wir doch! Ja, freut mich natürlich, dass ich auch mal ausnahmsweise wieder in der Folge mit dabei sein kann. Ich weiß. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Wie viel Schwung, du Henni! So, ja, nee, ähm, schauen wir mal! Ja, natürlich froh ich mich, dass du mal wieder auf meinem Account dabei wirst. das das mache ich doch gerne ach so und noch an der Stelle vielleicht zwar wenig Map hat eine Bewertung von 59 Prozent also ist schon ist denke ich machbar aber gleich so macht das aber ich habe Punto bekommen Punto mit Panto oh no es gibt noch zu sein oh no er schafft es oder was natürlich was ist das für eine knapp nein Panto Sumo nein ich habe keine Chance ich komme nicht weg ein bisschen Spaß muss sein Freunde oh Gott ja und jetzt die ganze Zeit oh oh da holt ich mir kurz den Arsch weg nein Fick dich als ob ich jetzt alles nochmal mache oh mein Gott yes ich habe es ja das gibt es doch nicht ich habe es ich habe es ich habe es ich habe es Oh, wenn man gut ist, schafft man vielleicht den Sprung da rüber. Was mache ich denn? Man, dieser Panto. Nein! Wirklich. Nein, Martin, schaffe ich es da raufzukommen und der macht so hoch, ja. Oh no, oh no. Oh, jetzt kommt raus. Einer mit einer Geschwindigkeit da auf. B**** Kommt da unten noch irgendeine Gemeinheit? Ja. Du Fixer. Ansonsten nichts, nein. Okay, den Punkt habe ich. Bist du verkackt? Nee. Du mieser Lack, alter. Ja, mit was für Speed der kommt, Digga. Ich schaff's einfach nicht, ihn aufzuhalten oder was? Oh, geil. Oh, geil, danke. Ich bin auf dem Drehenden. Ich bin auf dem Drehenden. Du auch? Nee. Ich bin auf dem Drehenden. Und... Oh. Ich lande jedes Mal auf dem Scheiß-Aussatirern. Ich bin immer durchgefallen. Oh, jetzt bin ich immer durchgefallen. Wo sind wir bei 12 von 31? Gibt Pantospeed, sonst schafft er nicht. Wow, Alter, was ist denn? Ah, schön. Nein! Wow, wow! Pantospeed hat er mal richtig tobo im Arsch, Alter. Das Ding ist doch schon wieder vorbei. Ist doch schon einfach. Warum macht man immer so ne Scheiße, Digga? Ich hasse das. Mach da einfach ne durchgehende Tube und dann ist gut, Digga. Jetzt hab ich mehr zu wenig Speed, oder was? Es ist scheißegal, wie ich fahre. Ich komme da nicht drüber. Nicht Full-Speed, nicht Full-Speed und kurz über der 90 Grad da. Kurz über dem Strich. Und ein bisschen langsamer. Ah, geht doch. Wow, Digga! Oh mein Gott! Das war so close. Also wirklich an den letzten... Oh mein Gott! Close! Oh no! Oho! Wichser! Was? Jetzt bitte nicht verkacken. War noch kein Punkt. Oh. Ich geh bis auf die Stelle jetzt eben da mit den Tubes. Eigentlich bisher richtig geile Map muss ich sagen. Ja, ja. Kommt dir bekannt vor, oder so? Das ist ja eigentlich das Interessanteste. Ob ich jetzt tatsächlich Maps rausgesucht habe, die du noch nicht kennst? Ja, ne. Kenn ich nicht. Wow. Die kenn ich noch nicht. Das ist... Das ist sehr schön. Wieder so ein scheiß Spawn-Punkt, wo du dann umgedreht. Ah, jetzt muss man die grünen Spiralen hier am Start fahren. Wie viele Punkte sind noch? Zehn. Ui, ist ja noch ein bisschen. Ja. Ja, immer so eine Viertelstunde Länge ist eigentlich immer ganz geil. Bin ich auch. Können wir gerne noch die zweite heute durchknüppeln und dann haben wir's. Genau. Nein! Komm ich noch drauf? Oh, ey. Digger, ich... Ich mach... Nein! Nein! So, jetzt wird's zurück, oder what? Ey! Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, wie knapp. Ich verschone dich. Ich habe da nicht so Bock drauf. Ach du Scheiße! Ah, ich will nur kommen! Hä? Was? Nein! Das sortiert mich aus! Oh. Okay, das ist nicht easy. Ich muss warten, bis es wieder rauskommt. Nein! Nein! Oh mein Gott, wie dumm, Alter! Verplastet! Jawohl! Wieso fach ich da gegen die Wand? Boah, geil. Die sind genau so, dass man durchfahren kann. Ah, noch nicht. Und durch! Wenn der Panto nicht so fett nach oben gebaut wär und sein Übergewicht... Wenn ich schlecht verlagert hätte. Du Hund. Hallo. Naaah! Leute, ich bin minimal gegen dich gefahren und du fliegst einfach weg. Nein, nein, nein! Nein, nein! Fuck, Digga! Was ist denn? Ich wollte dich! Ey! So glücklich! Hauptsache, ich fahr so ein bisschen gegen dich. Ja, so warst du bei mir, aber auch mal eben mit dir! Und doch! Ich wollt nicht mal! Mann! Was für ein Scheiß die wir von vorne machen! Ich wollt eigentlich gerade wegfahren! Da hab ich echt Bock drauf, Jamme! Ah, geil, Alter! Ah, geil, Alter! Schön! Whiiiiiii! Fiss dich, Mann! Kommst du auch schon wieder her! Trink dir auch Moller, Alter! Kannst den Panto fliegen! Du bist schon von vorne sehen, Junge! Hä? Nein! 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 Ja! 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 Das Glück war mal auf meiner Seite! Das war mit mir! Möge die machen! Oh, ne! Nicht so was! Oh, nö! Oh, ey! Wie eklig! Piss dich! Nein! Meiiiin! Hä? Wow! Ich wollte bremsen und rückwärts weiterfahren und dann... Okay, der Spawnpunkt ist ja mal ganz gut gesetzt! Oh! Kann man so unfähig sein wie wir! Was war mit mir? Sie? Oh! Oh! Waaaaa! Was für sie? Meiiiinn! Man! Meiiinn! Nein, ist die auch 50-50? Jaaaa! Meiiinn! Jetzt kommst du her, jetzt! Oh, Junge, zieh, du hast zu ziehen! Nein, du hast zu ziehen! Nein, du hast zu ziehen! Oh, zieh jetzt! Oh! Du Scheißmann, du zieh! Oh, ne Gott, Scheiße! Ah, ich war zu schnell mit Vincent! Nein! Du ziehst du das, Alter! Nein, das gibt's doch nicht! Ich komm nicht ran, Alter! Jawoll! Digger, er zieht überhaupt nicht! Oh, was ne geile Map! Oh, Alter! Oh, Mann! Das war jetzt Return 3! Dann würde ich sagen, hängen wir gleich noch Jigsaw 4 ran! Und da sind wir zu dem zweiten Rennen! Jigsaws Return 4! Ja, in der Beschreibung stand... Ähm, Jigsaw ist jetzt seit Jahren tot! Aber jetzt gibt es einen Schüler quasi, den er... Oder hab ich das verstanden? Er war der Schüler von Jigsaw, der hat das jetzt übernommen! Und ja, es geht jetzt um Leben und Tod! Zehn Minuten Challenge! Dazu kommt noch 10 Minuten Challenge! Auch das stand in der Beschreibung drin! Also schauen wir mal, was uns hier erwartet! Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus! Danke dir, Digga! Danke dir! Oh, Motorrad! Oh! Oh! Oh, das ist... Ach du Scheiße! Die Sanchez, oder? Oh! Ah! Hier ist doch safe jetzt der Vordere! Oh! Echt jetzt? Ja! Ja! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Labyrinth! Okay, ciao! Okay, davon stand nichts in der Beschreibung! Ja! Geil! Nett! Ja! Aber okay, cool! Für sowas bin ich natürlich immer gerne offen! Ja, ganz links! Ganz links? Nein! Äh... Warte mal, aber ich glaube ich, es sieht echt gut aus! Ja, also rechts! Ja, habe ich! Hä? Bin durch! Ja, ich bin glaube ich ganz rechts gefahren, ja! Oh ne, das ist es nicht! Hä? Hier ist es ja gar nicht! Hier geht es gar nicht weiter! Toll! Okay, ne! Da, wo ich bin, die Rampe funktioniert nicht! Ah, hier ist noch eine Rampe! Oh Gott! Da ist auch eine Bremse! Dann muss aber irgendwo ganz links sein! Also ich probiere mal... Ne, warte mal! Ich bin jetzt links und Mitte gefahren! Fahre ich mal hier rein! Ja, da bin ich ja auch gefahren, aber da... Okay, da geht es direkt nicht weiter! Da ging es dann auch nicht weiter! Das ist das... Also da habe ich auch gerade gedreht, aber da ging es dann am Ende nicht weiter! Deswegen keine Ahnung! Ich könnte mir jetzt dann doch eher hier vorstellen! Dann fahre ich hier mal links! Guck mal! Gab es noch ganz... Ich war ganz... Also ganz links geht nicht! Ach, hier geht es auch noch nach rechts! Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Guck guck! Guck mal, ob es hier noch einen anderen Weg gibt! Eiei! Gibt es ja noch! Vielleicht habe ich ganz links irgendwas übersehen oder so! Kann ja sein! Guck mal hier! So, hier ist eine Rampe! Nö! Also ganz links ist es einfach nicht! Da ist einfach dicht! Guck mal! Naja, ich habe zwei Rampen schon, wie gesagt! Aber... Also ganz links gibt es noch eine Rampe, aber wir werden da hinkommen! Und da müssen wir wahrscheinlich hin! So, hier waren wir ja, aber... Hier ist es nicht! Kann man hier irgendwie nach den letzten Ecken irgendwie suchen! Hier kommt man irgendwo hin! Ja! Okay, ich habe... Ja! Du musst da einfahren, wo die... Soweit ich bin gar nicht weitergefahren, ja! Du musst da einfahren, wo die... Wo die im Ampen sind und dann kommst du da ganz easy hin! Ja, ich bin einfach nicht weitergefahren, ich Idiot! Okay, hier ist dann das nächste Rätsel! Find the right way! Okay! Okay, perfekt! Bin weg! Ciao! Okay! Ich nehme einfach mal blau! Okay, blau ist falsch! Ich habe nur einen Punkt vergessen, oder? Nee! Falls mal weiß! Oder war ich bei dir recht? Nee, weiß ist zu! Ist ganz zu! Das heißt, es muss eigentlich gelb sein! Weil hier ist auch das einzige, wo es so... Zum Fahren geht, aber... Hier ist auch zu! Ja, blau nochmal! Ja, blau! Ach du Scheiße! Ich bin doch... Ich bin doch in blau reingefahren! Ja, aber du musst dann rückwärts wieder! Du musst zurück! Also ich bin vorhin... Wie viele hier sind, Alter! Ich bin untergefallen! Ach du hast ja auch einen Punkt, Digga! Den habe ich gar nicht gesehen! Okay, man könnte jetzt natürlich auch theoretisch auf der anderen Seite wieder... Ähm... Oder hast du es? Ich habe es! Also es war doch grau, ja? Ja, es war... Da hatte ich doch es richtig! Ja, weil du eben nochmal gezweifelt hast! Ne, ne, ne! Ich hatte den Punkt doch schon! Und dann wieder rückwärts, ja? Genau, richtig! So, dann kommen hier ein paar kleine Gleitsprünge, also... Ohne Gleiten, aber... Einfach nur mit Widya auf den Speed fahren und das war es eigentlich auch schon! Ach so Scheiße! Was ist denn hier? Ach so! Einfach hier, ne? Schön! Alles geile Scheiß! Also immer kurz bevor du auf den Speed fährst, Widya ziehen dann! Haha! Nice! Die Spawnpunkte sind ein bisschen unglücklich! Aber es ist okay! Schnell, 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 schnell! Speed, speed, speed! Oh Gott! Das ist ein bisschen zu viel Speed! Geht jetzt wieder hoch, oder wie? Vorwärts! Ich fahr hier Vollgas hoch die ganze Zeit! Okay, also doch vorwärts! Rückwärts gefahren! Ich fahr hier auf den Fehler! Ach du Scheiße! Schafft man das? Wie? Ich schaff's nicht! Oder? Oh doch! Ich hab's... Okay, ne Rechenaufgabe! Geil! Muss echt vorwärts, ja? Ja... Ja und so, aber... Ach so! Einfach nur die Farbe, ne? Blau und rot ist gelb! Ne, ist eigentlich orange, oder? Warte mal! Blau und rot! Ist das doch gelb! Eigentlich ist das... Äh... Ja... Ne, blau und rot ist doch... Türki... Also hier lila, oder? Ist grün! Nein! Gelb und blau! Ist grün! Und das müsste lila sein! Boah! Blamier mich hier gerade! So, lila! Ich hab noch nicht mal den Punkt bei blau! Ah lol, da hinten ist ja noch ein Punkt! Zwei! Ich glaub, man muss jetzt erst den Punkt... Ach, hier lila! Ach, fünf Punkte! Komm, wir haben noch eineinhalb Minuten! Schnell! Wir können's schaffen! Schnell, 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 schnell! So, jetzt lila! Ah, tatsächlich! Ja, hat geklappt! Komm! Ja! Ja! Komm! Noch eine Minute! Das ist das Ziel! Kurzer... Nein! Da kommt noch so ne... So ne Scheiße! Kommt da noch! So ein Auswahl! Ei, 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 ei! Ich nehm... Hä? Okay, hä? Man kann ja nur eins nehmen! Ich nehm den... Ah, hier sind Bremsen! Das muss der blaue sein! Oder der lila, ne? Ne, du kannst ja nur den roten nehmen! Kannst du auf die anderen gar nicht... Aber du stirbst oben! Ach, du musst halt alle fahren! Du musst halt immer hin und her fahren! Ja, perfekt, Alter! Das schafft man halt nicht! Ach so! Ja, dann schaffen wir es zeitlich nicht! Okay! Ja, wir haben... Knapp, knapp! Ja! Lass mich doch durch! Ey, ich flieg ab, Alter! Ja, gut! Ja, gut! Klose nachfreuen! Haben wir geschafft! Das ist ja jetzt nur... Zeitgeneral! Naja, aber wir haben es nicht geschafft in der Zeit! Mann! Ich fahr! Auch echt! Wie ein Stück Scheiße! Du fährst nicht nur, du bist ein... Ein Spaß! Sehr gut! OMG! OMG! Kommt da jetzt noch was, oder? Kommen jetzt gleich Bäume, aber ich glaube, die kommen erst... Ne, die kommen bei dir jetzt, genau! Oh, hier kommt noch mal so ein Konzentrationsscheiß! Nicht verkacken! Ne, hab ich nicht! Ähm, soll ich reinfahren? Warte kurz! Bin gleich da! Ich muss hier mit Speed, glaube ich, sonst kriege ich das 10 nicht! Ja, dann warte kurz da! Oh Gott! Äh... Was? Oh! Jetzt bisher da! Ja! Okay! Ja, war ne coole Map! Kurz und knackig! Gut! Ging flott! Fast 10 Minuten Challenge! Und dann knackiges Killrennen! Und nochmal zum letzten Rennen! Stunt! Lombak! Keine Ahnung! Was ich eigentlich sagen wollte! Zum letzten Rennen nochmal ein kleines Killrennchen! Drei Runden! Und ab und so mit dem Krieger! Und ja! Und hier! Und da! Und bluh! Und blub! Entspannend ein Rennchen! Der Krieger sollte das ganze auch relativ flott machen! Ich denke hier kann man jetzt mal auf unser System kurz pupsen! Ja! Ja! Alter! Es leckt bei mir so rad rum schon wieder! Ne! Das ist unfassbar! Glaubst du mir nicht! Aber tatsächlich wird bei uns, ähm... Will unser Anbieter, der hier... Äh... Das Internet verlegt hat! Will jetzt hier Glasfaser machen! Da hoffe ich dann natürlich auf besseres Internet! Glasfaser, Mensch! Auf stabileres, besseres Internet! Da wird es dann nicht mehr am Internet liegen! Hoffen wir mal! Ich habe jetzt auch eine E-Mail bekommen! Die haben bei mir jetzt auch ausgebaut! Äh... Und ich könnte von 100 auf 250... hochgehen! Ja! Ich weiß noch nicht, was wir dann da kriegen! Oder haben! Natürlich auch dann! Richtig nice! Muss ich dann auch mal gucken! Was war das vielleicht dann mal... Ja! Geil! Vom Stunt! Beim Aufkommen! Zweite gedreht! Geil! Oh! Sorry! Hoffe ich hab dir nur das Bein geborgen! Mehr nicht! Fuck! Ah! Ah! Da ging es! Ich dachte ich fahr da... Oh! Oh! Joa, ne? Na dann! Gehen wir mal Gas! Super! Obwohl wir das jetzt auch nicht geplant... Ist ja ein... Wenn ihr mir eine Gesangskarriere empfehlt, dann schreibt es in die Kommis, bitte. Ja, sicher. Smash den Daumen nach oben, jetzt bei den Zuschauern zuguckt. Wahrscheinlich sind das sogar wir. Naja, zumindest gucke ich die Folge gar nicht selber. Ja, also ich gucke die, die mit mir sind. Wenn ich sehe, die sind mit T, dann sage ich immer gleich, nee, das ist eine Scheiße. Ich will nur die gucken, wo ich auch bei bin. Tja. Weil das sind die besten Folgen, einfach. Klar. Ganz klar, also wirklich Glasfaser, wirklich. Glasfaser. Aber wie lange ist denn hier eine Runde, Digga? Und du hast drei eingestellt. Zehn Minuten, meinte ich doch. Ich wurde vom Aussatierer aussatiert. Zehn Minuten ab der Runde. Nein, äh, insgesamt wird es dauern, wahrscheinlich. Ha, die Map kennen ich sogar, aber die sind wir mal mit Formula gefahren. Mit dem T. Wenn man von ihm spricht. Ja. Hey, ist das dein Ernst oder was? Ich kriege den Punkt nicht, weil ich ein Millimeter dran vorbeifahre. Und den jetzt auch nicht, weil ich ein Millimeter dran... Du fickst mich wirklich. Wow, jetzt bin ich endlich in Runde 2. Danke für nichts. Dadurch konnte ich wieder einholen. Super. Ob du so hart verschissen hast. Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass du hinter mir warst. Ja, Digga, ich bin da einfach irgendwo reingefahren. Dachte, ich könnte da rumfahren. Aber einfach der Wand. Da musste ich alles neu machen. Gesundheit. Danke. Ich habe so eine Nase gekäzelt. Da hat sich irgendwie ein Popel oder so quergelegt. Quer-Poop hat sich da rein, jetzt hinkst. Kennst du das, wenn die sich so richtig querlegen, dass die dann kitzeln? Oder kannst du wirklich ausreliessen? Quer-Ling, Alter. Was? Ehrlich? Quer-Ling, Alter. Das ist ein richtiger Quer-Denker. Quer-Denker. Nein, der Popel ist eine Quer-Denker. Oh, ja, geil, Mann. Ey, du Wichser, komm doch einmal vernünftig aus dem Blick, du Krieger. Oh, Luther, ne? Das auch einmal hinkriegen. Ha, das war auch ein Wortwitz, weil er der Krieger ist. Aber das hinkriegen. Jetzt hat er dann erst gescheckt. Oh, mein Gott, der hat aber lange gedauert. Ich habe es davor nicht verstanden. Geil, piss dich. Es kam nichts an hier. Mann, komm, das hat er jetzt verschmacken. Was? Haha, haha, du kriegst mich nicht, aber der nächste Wortwitz. Scheiße. Oh. Wie close, aber ich habe den Speed da nicht genommen. Deswegen habe ich Nachteil. Oh, mein Gott, wie herrlich du bist. Haha, zu viel spät. Boah. Das gibt es doch nicht, Alter. Hey, Leute. 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 Riga du kriegst mich nicht sie kriegern mich nicht der ist noch besser ich habe dich nicht mal gesehen ich habe einfach in dieser minimap geguckt wo du bist links und dann kommst du ja nur noch eine runde hier bin ich vorhin an den punkten vorbei gefärbt den schatten brauche ich jetzt also wird es auch wieder eine long video fragst du bist es das geht das geht noch ne jetzt mal die paar kurzen die wir ein bisschen geschnitten werden war du war dumm ist die banane krumm frau ja mehr auch weil das zeit ist im arsch würde ich sagen ja der sieg auch das würde ich noch nicht sagen ich kann auch jederzeit verkacken ja die map hier hat meiste zeit tubes und ich weiß nicht was da gerade passiert ist ich habe irgendwie gerade woanders geglotzt nicht überdrehen das tust du mir jetzt echt an dass du diese kurve nicht hinkriegst hinkriegst krieger kriegst ja ich mache einen bordwitz nach dem anderen er checkt es nicht ach aber irgendwann ist der witz raus nein du bist raus sage ich dir wie es ist ich weiß nicht ich habe das von meinen gännen ich habe dieses sei gemein zu fabio gehen weißt du mhm na klar das hat mir der herr da oben im hände der über uns wach hat er mir eingepflanzt ach so ist das genau verstehe na dann ist das wohl so das kommt vielleicht ja nicht sofort sie spielen doch schon wirklich zusammenbraut zum glück filter das mikrofon das raus alter aber nicht wie ich es ansage ja ach gut das kann ich ja weg piepen theoretisch auch noch ach das wirst du kaum also ich glaube ja auch das ist ja eher tieftöne ne kann so ein headset mikro eh nicht ja ich habe jetzt noch nicht so einen richtig pfeifenden lauten gemacht so der so hat sich noch nicht äh scheiß mülltonne mülli müller war da jo ja ehrenloser chaco alter er fährt mit fullspeed in mich rein digga what der da nimmt er ihn doch mit ehrenloser digga ehrenloser wieso bin ich denn auf einmal so schnell rangekommen oder was wieso bin ich denn auf einmal so schnell rangekommen ja weil ich dann nochmal verkeggen hab ich hab doch ich bin in der mülltonne eingeblieben da wohnt mülli müller drinne und mülli müller hat gesagt ich stell mich jetzt hier im weg und die mülltonne die war schwerer als mein auto ich konnte sie nicht mal einen zentimeter bewegen und die stellste runde aber trotzdem noch hin gekriegt ja wir sehen uns gleich im casino wieder freunde ja ja er spring noch raus und was kannst du kannst nichts du kannst einfach nichts was gibts denn wie sind wir dich schon mal gefahren oh der penetrator ja genau der penetriert dich immer penetrator der penetrator den holen wir uns jetzt den holen wir uns ich hab A gedrückt ich drehe und es ist closest Spaß ich hab noch nicht ich warte auf dich ok also warte ich glaub meiner hat jetzt hat es geht er weg wieder ich muss nochmal A machen ja warte ich auch nochmal ok komm ja wie lange läufst du denn hier weg hallo wo gehst du denn hin ja sie läuft einfach weg Glücksrad ist da er läuft weg Digga was ist das von dir ok also ok da sind wir wieder 3 2 1 ja let's go jetzt gib mir die Karre ich hab ja mehr die Karre als der geister Rasse ich räch dich aus ja das wird sie das wird sie nein das gibt's doch nicht du Fichse wie geil wär das mit der Ansage ich hatte tatsächlich den mystery preis und habe 7.000 von der jetons bekommen wow man spiel ey hättest du mir doch mal gönnen können ey wow das ist schon nachtscharf aber das heißt das ist ein Zeichen dass du's bei kriegst das war bei mir nämlich auch so beim letzten mal da hatte ich irgendwie das so knapp da hatte ich einmal wieder scheiße und danach hatte ich den Wagen von der her haben Enttäuschung würde ich sagen Freunde schaut euch das Video an schaut euch die anderen Videos an das sind alle Bombe kann ich nur empfehlen und mit dieser Enttäuschung würde ich sagen haut da rein und tschüss und bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal wir können uns auch noch ein paar Mal bis zum nächsten Mal wir können uns auch noch einmal das sehen mal mit dem Bis zum nächsten Mal.